Sie sind hier, 23. November 2018, 13.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Marina Wallner hat sich erneut im Training schwer verletzt, Urheberrecht gett die Images Deutschlands Slalom-Mass Marina Wallner erneut im Pech, die schon vor fast genau drei Jahren beendet, eine schwere Knieverletzung ihre Saison vorzeitig. Slalom-Hoffnung Marina Wallner bleibt das Verletzungspech treu. Die 24-Jährige aus Imzel hat sich am Donnerstag beim Training in Killingen, USA, erneut einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und muss die WM-Saison damit vorzeitig beenden. Sie wird in den nächsten Tagen in München operiert. Wallner hatte sich bereits 2015 DK-Sekunden-Kreuzband im selben Knie gerissen. Zuletzt musste sie wegen eines langwierigen Infekts eine zweimonatige Trainingspause einlegen. Dennoch war die Olympiad-Teilnehmerin von Pjengshan, Platz 19 mit Rang 14 im ersten Saisonrennen im finnischen Levi beste Start-Aaron des deutschen Skiverbandes, DSV, gewesen. Punkt. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst. Punkt. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sport1-App herunterladen, von Sport1-App herunterladen, von Sport1-App herunterladen.